Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach-Urdenkirchen-Mitte. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 620 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Auf Wiedersehen. Tschüss.